Musik 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 Hurra! Und dann schlägt es uns noch drei Momente. Zwei ganze Zeit und Zukunft. Wir kommen! Schwer! 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 Achso, ist das ja eigentlich nicht dringend. Schwer! Stürme mich jetzt nicht. Ich steh kurz vor dem entscheidenden Lufthalz. Info, Doppelgurt! 23.58 Uhr! 58 Minuten plus 37,5 Sekunden, Ausrufe brechen. Danke, Herr Wolling. Was ist das, Herr Wolling? So, mit der Nacht. Der Wolling ist so, dass wir die ganze Nacht unterbreiten werden. Welche Doppelbuss, statistisch ist sie hier nicht unwahrscheinlich groß. Stimmt. Ach, was soll's. Anwenden wir mit der Nacht. Oh, jetzt findest du das, Herr Wolling. Ach, der Herr Wolling ist so einfach gemacht, aus dem Bett gebracht. So ist es, Herr Wolling, so spät in der Nacht, nur zum Buch. Ach, ich habe gerade gesperrt, Adi. Du spätst doch immer. Ich habe noch nie so ein faules FG gesehen wie dich. Und auch noch nie eine Person auf Schleif wie du. Seit dem Wintergästen mussten wir was mir anhören. Ach, Adi, kein sauberes FG. Adi, das ist, Adi, das ist, Adi. Lass sofort deine Vorwitz in die Pfoten von meiner neuesten Erfindung. Das ist eine Zeittranszendentale Rezeptionsmaschine. Ein sehr empfindliches Gerät. Oh, Adi, auch empfindlich. Adi, ein sehr empfindlicher Appel. Ach, ihr blödes Bericht. Adi, das ist kein blödes Bericht. Das ist eine Art Radio oder Funkempfänger. Die Signale aus einer anderen Zeit, weißt du, mit Wunder natürlich. Nein, ja, kann man so sagen. Willkommen vereinfacht. Selbstverständlich. Wenn es nicht so spät gewesen wäre, hätte ich sicher einen längeren Vortrag verhalten, wo aber riesig Tipps mehr klingt. Mittlerweile war es schon nach Mittagessen. Doch nicht da nicht mehr der 12., sondern der 13. März des Jahres 3717. Und noch immer verhalten, in Teilhungserlaub, eigentlich nicht. Hier war es übrigens auch, wo ich meine Zeitmaschine erfunden habe und gebraucht habe. Ich sage mir, mitweil mich auch, was ich sehe, die Vortrag gibt. Eigentlich sind es gleich drei Time-Crosa oder Zeitkreuzer. Der größte von ihnen ist das Time-Crosa-Frei. Es kann sich fliehen, schwenken oder aufregeln durch die Zeitrechte. Der mittlere ist der Time-Crosa-Navigator und der kleinste, der Time-Crosa-Stuttgart. Er wurde nur für kürzere Zeitreisen entwickelt. Erbrotlich konnte ich die Time-Crosa bisher auf zwei bis sieben. Der Test von DC-13 und Unternehmer mit seiner Gruppen waren abenteuerliche und gefährliche Zeitreisen, die die Vergangenheit anbaut und zu montieren. Tim begleitete mich beide Male. Und Ali, ein faules, nasenweißes Äffchen, war ebenfalls mit von der Partie. Der Robby-Robot, der schussende Amo-Hilfe, reißte mich mit auf. Robby ist meine erste Roboter-Führung, um die Töne noch nicht ganz von Kommen. Robby könnte aussagen, wie er hat so seine kleine Eigenheit. Robby war allerdings der Anlass für unsere zweite Reise, denn er hatte es geschafft, in der Zeit von Kommen zu gehen und sich in eine haarstreubende Situation zu bringen. Bestimmt hätten wir Robby schneller befunden, wenn wir damals schon in die ganz zendentale Rezeptionsmaschine gesessen hätten. Wieder und wieder drehte ich an meinen neuen Zeitrichterantennen. Doch plötzlich bemerkte ich, wie ich war. Ich enttappte mich dabei, irgendwie mit mir wieder die Augen zu fliegen. Registrieren, Doppelpunkt, senden Pausen für Menschen ein Gesangpunkt, in dieser Sekunde, Punkt, sonst steht Programmabsturz voraus, Punkt, nur Roboter sind so gebaut, Doppelpunkt, können nicht Jahre sein Arbeiten, Punkt. Robby meint der Witze, nicht Jahre ist doch kein Zeitangabe, sondern die Entfernung, die es nicht in dieser Zeit zurücklegt. Würde schon wissen, in Form, Doppelpunkt, Entfernung von der Erde, Sonne, Doppelpunkt, eine Lichtsekunde, Punkt, von der Erde zur Sonne, Doppelpunkt, 80 Minuten, Punkt, Doppelpunkt, das reicht. Da war doch was. Es schafft meine Zeittranszentren in alle Rezensionmaschinen, sie funktioniert, meine Maschine arbeitet. Ja, Mann, oh Mann, ich fass es nicht. Ja, ich bin aus einer anderen Zeit. Ja, ich lacht dich. Ausrufe, solche, Ausrufe, solche. Sei lacht dich. Nicht tauslich. Boah, die Sprengmachzahne, die Spaßzahne, die Pflieg noch pro Zahl, du führst der Karatner. Halt doch endlich mal dein Plockan 400. Oder besser noch, wir besuch dir einen Puschel in den Schlafplatz. fout, was ist das wieder? Ja, ist das. Weiß ich nicht. Keine Ton. Ja, Herr Kastin, das würde sich aber gar nicht unter anderem ganz verzweifelt. Mensch, das war ja ein Hilferruf. Ja, ich glaube von einem Jungen. Exakt, Burt, fassen Sie zu seinem Doppelburt. Es so ist aus der Vergangenheit. Ausrufen, Zeichen, Ausrufen, Zeichen. In der nächsten halben Stunde herrschte eine Aufregung in der Burt. Alle waren auf einmal wieder ganz nah. Massen Sie zwanzigmal, wie wir die Hilferrufe waren. Dabei hatte ich auf einmal einen Geistesblitz. Oh ja, und so könnte es gehen. Wisst ihr eigentlich, wie man früher Geheimsender geordnet hat? Geordnet, 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 geheim! Und der Professor meint, wie man früher herausgefunden hat, wo diese Geheimsender stecken. Genau. Man hat von zwei Orten den Sender angepeilt und wusste also die Richtung. Dann hat man auf einer Landkarte oder einem Stadtplan diese beiden Linien eingetragen. Und dort, wo Sie sich kreuzten, war der Sender. Gratuliere! Ausrufen, Zeichen! Ich bin hier aus dem Burt. Äh, 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 bei unserer Zeitrafen-Zentrale-Rezeptionsmaschine-Zeitrichtantenne ist die Sache allerdings etwas schwieriger, weil wir auch noch nicht die Zeitzone herausfinden müssen. Ich, äh, ich schreibe vor. Wir fliegen einfach in zwei Beliebigenzeiten und versuchen es mit den anderen Menschen. Hurra! Wir gehen auf Zeitreise! Ja, 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 vorsteuern, ja, 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 ja. Vorsteuern, ja, 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 ja. Und ist geballt? Ausrufe, Zeichen, oh, ja, 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 ja. Und gleich am nächsten Morgen setzten wir diesen Plan in die Tarnung. Die letzten Vorbereitungen waren rasch getroffen und kurze Zeit später gingen wir mit klotzenden Herzen an Bord des Time Groups auf Leibbots. Und diesmal durfte Robby Robbe mit. Ehrlich gesagt, Tink und ich wollten es nicht riskieren, ihn alleine im Label zu besetzen. Und der große Start, dann gingen wir uns schon in Schweden und durch die unzeitliche Stehe. Minute später stand ich vor einer schweren Entscheidung. Welche Zeit sollte ich am Zeitpunkt als Ziel einstellen? Ich überwegte hin und hin und schliesslich schloss ich die Augen und ließ den Zilfang bestimmen. Ich werde hier mit dem Zilfang bestimmen. Vielen Dank.